Planopoli 4.0 von Himmola. Willkommen. Ich habe hier eine Wohnkombi 1926, zweiteilig mit Longchair links, Kopfteilverstellung, Armteilverstellung und einem hervorragenden Sitzkomfort. Das ist Planopoli 4.0, allerdings ohne Inkliner, also ohne Vollfunktion, aber mit sehr kompakten Außenmaßen. Sie brauchen bloß, wenn das hochgestellt ist, 2,30 Meter und wenn beide ganz unten sind, 2,55 Meter Platz. Also 2,50 Meter reichen auch. Sie können die Kopfteile alle verstellen und zwar nicht nur in der Höhe, sondern auch dann in der Neigung. So ist er gerade und wenn Sie etwas mehr Unterstützung haben wollen, so wunderbar. Sie können hier wunderbar auf dem Longchair lang liegen. Dazu ist am besten, Sie lassen das unten. Wenn Sie ein bisschen aufrechter gehen wollen, dann können Sie das natürlich auch hochnehmen. Hier die Armlinie ist auch verstellbar. Ein rustikales, rustikal Longlife-Leder mit voller Imprägnierung. Imprägnierung ist absolut familientauglich, männertauglich, gut zu pflegen, kompakte Außenmaße. Sitzkomfort ist eher etwas fester, finde ich jetzt zum Beispiel mit meinem Rücken sehr gut und das Ganze hat eine gefällige Form. Wir haben ein Schleppchen bekommen, nämlich dieses hier aus einer Fehlproduktion oder einem Bestellfehler. Irgendwas ist schiefgegangen, ein Bestellfehler. Ich denke, hier wurde die Funktion in den Sitzen vergessen anzugeben. Diese Garnitur wurde produziert, nicht abgenommen, weil sie eben diese Funktion nicht hat hier. Und dann kam sie ins 1B-Warenlager von dort zu uns. Deshalb kostet sie jetzt bei uns bloß 2750 Euro plus 200 Euro Versandkosten innerhalb Deutschlands frei Wohnzimmer mit Möbelspedition. Sie haben Fragen? Rufen Sie mich an 0173 8089 748 oder shop at profischnapp.de oder via profischnapp.de über unseren Chat oder live hier in 721 86 Empfingen, 50 Kilometer südlich von Stuttgart. Sie entscheiden, wie Sie es haben wollen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn Sie unseren YouTube-Kanal abonnieren und freue mich über Ihre Kontaktaufnahme. Danke und Tschüss, Ihr Lutz Reinhardt von profischnapp.de